nein der fernseh wird sich wieder ausschalten und leute gehen wir mal runter oder klettern wir runter so viele wurzeln wo es keine fauna gibt eigentlich hat flora oder fauna wenn fauna waren tiere flora müsste es gewesen sein unten ist es schön lily danke für meine rettung die oberfläche ist für eine tiefe entsteht neues leben dieses platz kannst du als fluss flosse benutzen wenn der hält riesenblätter du kannst nicht schwimmen was geht das dich an meiner heimat war das eben nicht nötig fluffy sei gefälligst etwas sensibler ich würde es so sagen mit dir wird es niemals langweilig jetzt können wir schwimmen hüte dich vor giftigem gas wenn du die hülle des mullahs betrittst ok wind erhält ein kristall jetzt können wir schwimmen können wir auch da oben schwimmen das weiß ich gerade gar nicht mehr ich möchte ach das geht hier gerade nicht ich wollte jetzt gerade die tour aber es geht leider nicht ist ja auch klar wir hängen hier irgendwo in luft und wieder rauskommen würden würden wir fallen oder die truhe fällt runter und geht im 500 taler geil so hier riesen irgendwas fehlt hier funktioniert sobald es in deinem besitz ist äh eignen sich als schwimmenflossen zugang zu allen informationen zum entfernen der objekte nichts hehehe ok gehen wir wieder hoch ja wir können jetzt schwimmen aua so wir kriegen da jetzt auch keinen schaden mehr aua binde wurde verseucht oh oh gegengift möchtest du das auswählen ja gegengift gekaut vergiftung ist geheilt ja jetzt können wir vielleicht ein gegengift kriegen aua ey ja ok weg mit dir nein nein äh wow habt ihr das gesehen au das habt ihr hoffentlich nicht gesehen au au so was haben wir noch au ach genau da war der andere weg runter ja gehen wir den zuerst müssen uns später sowieso wieder nach ganz oben ok da war wasser wieso sonst wären wir hier gar nicht durchgekommen ah interessant außer man hätte versucht zu springen kann man unten rechts hin ja ja untersucht die pflanze neben mir wenn er hältst die waldweste 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 perfekt da würde man hochkommen eins existierte in oberfläche ein paar dies dann ist lumina gut und jetzt möchte ich doch noch mal ich komme aber nicht nach oben ich habe angst dass man dann irgendwo was weiß ich wohin kommt und ich würde doch gerne noch mit der blume da links sprechen die oberfläche wurde verwüstet es gibt keinen wort von dem wir überleben können ein tropfen dieser quelle schützt für vergiftungen winder hält den tautropfen ich glaube unser leben wurde gerade regeneriert ja unser utensilien Tautropfen schützt vor giftigem gas ich glaube wir nehmen das ausgerüstet so und jetzt geht es noch da hinten hin hier ist ja nichts winder hält ein kristall oh das war ein kristall den hatte ich gar nicht gesehen so wo geht es da hin aber ich weiß wo wir jetzt hinkommen das ist das eine wo ich hin hoch springen wollte und es nicht geschafft habe oder ja die 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 so wo sind wir jetzt genau so wir sind jetzt aber perfekt ausgerüstet für den boss ich weiß nicht wo er war müssen wir halt nachsehen und wieder suchen da ich nehme ich gerade ein bisschen bisschen keine ahnung wo ich bin das da kenne ich da jetzt runter da waren wir irgendwo ach das war das aber da dem hoffentlichen gegengift davor das sind wunderknollen drin ein gegengift so was haben wir jetzt noch alles wir haben nur ein gegengift neun wunderknollen 8 heiknollen da ist eine wunderknollen drin ich schade dass wir keine dass wir zu viel wunderknollen haben so dann geht es hier zurück und dann nach oben halt was war da drin ja okay da könnte wunderknollen oder gegengift drin sein und was war da links eine heiknolle jaha geil davon haben wir leider schon zu viel okay los geht's wir haben die tränen und die waldweste besser kann es nicht gehen giftiges gas eingeatmet winder schwinden die sind das kann nicht sein ich teile die waldweste ich habe es doch trotz hoffen schon ausgewählt wird es wieder ablegen nein und ich trage ich trage doch die rüstung es ist da jetzt nicht eigentlich rein können giftiges gas eingeatmet aber das schützt doch vor vergiftungen und die tauchtropfen habe ich auch ausgerüstet ich verstehe das gerade nicht was mache ich falsch irgendwas mache ich falsch schützt vor giftigen gasen ich habe doch giftiges gas eingeatmet so ausgerüstet ich hab's jetzt ausgerüstet ich verstehe das nicht was muss ich da nochmal machen habe ich irgendwas falsch gemacht was habe ich falsch gemacht ich verstehe das gerade nicht als ob ich irgendwas übersehen hätte irgendwas wichtiges und ich weiß aber nicht was da ist nichts was habe ich übersehen da sollte ich vielleicht so dann habe ich schon zu viel ich könnte wieder eine heiknolle essen wobei es eine verschwendung ist weil dort mit der seele kommt mich voll halt naja egal aber so Oh, Level 10 erreicht! Kraftpunkte steigen um 7. Stärke steigt um 1. Abwehr steigt um 2. Glück steigt um 1. 96 Lebenspunkte haben wir jetzt. Dann kommen wir nur hier runter. Dann haben wir schon zu viel. Dann gehen wir da runter. Dann gehen wir da runter. Was habe ich übersehen? Was fehlt? Aber was? Ich bin da gerade durch. Ich konnte da gerade einfach so irgendwie durch. Ich bin da noch. Jetzt machen wir schon zu viel. Nein. Und da sind wir später runter. Da auch nicht. Habe ich da irgendwas vergessen? Ich muss doch irgendwas vergessen haben. Aber was? Da bin ich nicht runtergefallen. Okay. Dann gehen wir da halt wieder runter. Okay. Das macht nur Schaden. Dann gehen wir da halt wieder runter. Oh, anscheinend habe ich irgendwas falsch gemacht. Oder vergessen. Danke für meine Rettung. Ich bin da. Mal sehen wir da. Das kennen wir schon. Okay. Das kennen wir schon. Ja. Das haben wir schon. Wurde uns schon gesagt. Sonst ist hier nichts mehr. Was war es, was ich hier falsch gemacht habe? Was habe ich falsch gemacht? Okay, dann halt nicht. Hier rechts. Dann noch. Das ist der einzige noch. Und da sind wir aber auch hin. Dann sind wir ja da hinten wieder runter. Bitte, rette den Sonnenbaum. Ich habe es vor. Wenn du mir sagst, wie ich den Gegenstand benutzen soll, mache ich es gerne. Da suche die Pflanzen neben mir. Habe ich das schon gemacht? Da habe ich die Waldweste bekommen. Nein. Okay. Dann komme ich jetzt auch nur noch da hoch und dann bin ich da oben wieder. Hätte ich etwa die Pflanze nochmal ansprechen müssen mit Bitte, rette den Sonnenbaum. War es das? Das war das einzige, was gefehlt hat? Und da haben we jetzt schon immer wieder alles geblendet. Ich bin froh mit der Hüfte. Untertitelung des ZDF, 2020